Hallo, Servus. Heute sind wir unterwegs für unser neues Rotorwanderbuch. Und zwar auf der Schwäbischen Alb bei Deggingen auf dem Aabeweg. Hier sehen wir die Altabe. Schmale Waldpfade für den Bernherz. Unterwegs gibt es dann mächtige Filzen zu sehen. Wenn man zwischenzeitlich von einem Graubelschauer unerwartet überrascht wird, ist es sehr wichtig, die richtige Kleidung zu tragen. Dann erreichen wir das Kilianskreuz. Der Ausblick nach Deggingen ist einfach nur schön. Der Waldpfade ist angesagt. Waldpfade ist angesagt. Um es in den Plänen zu machen zu kommen, Der Oberstuf des Alptorfs entdecken wir diese blühende Hochwiese. entdecken wir diese blühende Hochwiese. Und bei Berneck geht es hier zum Gasthaus. Dieser Weg ist steig und schwer und führt zur Buschelkapelle. Die Buschel lässt sich zurückführen auf Burgstall, weil hier stand früher eine alte Burg. Wir blicken hinab nach Deggingen und erkennen rechts im Bild das weiße Gebäude, die Awe-Maria-Kirche. Unterhalb des Eckfelsens steigen wir hinab. Und jetzt sind wir an der Winterhalde, ein traumhafter Platz zum Rassen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017